Und ich finde gerade, wenn man diese schönen Formen hat, dann betonen sie die auch. Wissen Sie, warum übrigens jede Frau im Dirndl toll aussieht? Weil ein Dirndl genau das macht. Oben einen schönen Busen machen, eine schöne feste Taille, eine tolle Hüfte und nach unten hin wird das Ganze dann wunderbar weiblich betont. Deswegen sieht jede Frau mit jeder Figur, also einmal da drüber, das Top und dann unten drunter den Taillenslip, das zusammen ergibt diese wunderbare Silhouette und auch da wieder, wenn man es sieht und wir das Top mal wirklich ganz nach unten ziehen, über den Slip drüber hinweg, da sieht man, es ist fein gemacht, es ist elegant mit einem guten Sitz. Sie trägt jetzt ihren eigenen BH und dann dieses Top, dass Sie quasi Ihre Büste so zaubern, wie Sie mögen und ab dem Brustbein bis unten hin diese Wahnsinnsstraffung. Genau das erreichen wir hier mit dem Lagerfeld. Ganz genau, das Karlchen hat das gesagt, aber die Beth Ditto, die ist auch so authentisch. Die sagt, ich bin so, wie ich bin. Genauso wie Adele, ist auch eine Schlager- oder eine Schlager- oder eine Schlager- oder Schlager- darf man ja gar nicht sagen. Mittlerweile komplett begrenzt hier, sehen Sie es nochmal so im Kompletten bei unserer Irmgard. Sie sehen, wie es sitzt, Sie sehen, wie es modelliert. Ich bin immer wieder von dieser Taille begeistert, ich bin immer wieder, das ist doch eine wahre Freude, ne Irmgard? Das sieht übrigens mit diesem Koralle von unserem Strass-Shirt auch phänomenal in der Kombination aus. Und das ist dieser hundertprozentige Übergang vom Bauchnabel bis Oberschenkel, dass Sie eine wunderbare, schöne Taille und Hüfte bekommen. Und was ich so kenne, Sie in Wäsche, gar nicht so selten, der Arztbesuch, Sauna, Schwimmbad, Wochenende mit den Lieblingsfreunden, meinem tollen Hotel. Ich garantiere Ihnen, mit der Wäsche sind Sie auf der sicheren Seite. Sie fühlen sich wohl, Sie fühlen sich super gut verpackt, Sie sind modisch up to date, weil wir traumhafte Sommer- und Frühlingsfarben dabei haben. Noch, Hannelore. Noch. Entschuldigung, ich muss da kurz dazwischengrätschen, denn wir haben von den neuen Farben mittlerweile zwei kompletten und noch...